Am Lukas gefällt mir alles. Der Lukas, das ist ein Gerät, wo man selbst Hand anlegen muss. Und wenn das klappt mit dem Schlag, dann schüttelt der Lukas sich und der, ich sag immer, mein Lukas lebt. Bevor ich den Lukas übernommen hatte, was ja mein Kindertraum war und mein Jugendtraum, hatte ich eine sehr gut florierende Gebäudereinigung. Und es ist ja wirklich selten, dass sich erwachsene Leute einen Traum erfüllen können. Und ich habe ihn mir erfüllt. Andere Leute sagen sich, ich werde jetzt 70. Die sagen, du kannst ja zu Hause sitzen und so. Aber das ist nicht meine Art, ich muss raus. Hier ist Leben, hier sind die Leute, hier ist Action und das brauche ich heute. Das ist so, dieses Geschäft bringt nichts ein, aber macht unheimlich Spaß. Leute, hier wird gehammert. Haut den Lukas. Wenn ich nur hier stehe und nichts sage, dann ist das nicht. Nee, die wollen entweder gelobt werden, wie gut sie sind, oder sie wollen getreten werden, dass sie mehr Power machen. Und ich sehe, wenn jemand kommt, Lukas hauen will, schon an der Art, wie er zum Gerät steht, oder wie er den Hammer in die Hand nimmt, wie weit der wo kommen wird, oder ob er überhaupt was kommen wird, oder ob er überhaupt schon mal einen Hammer in der Hand gehabt hat. Von zehn Männern würden gerne sieben hier raufhauen. Bloß sie sind immer der Meinung, sie blamieren sich hier. Und ab dafür! Boah! Und nochmal! Was für eine Seite hier? Was für eine Seite hier? Ja, weiß ich. Weil du mich so abgefüllt hast. Nach oben! Das ist mein nix. Ich sage, hier blamiert sich keiner. Nur wer aufgibt, hat verloren. Du bist so ein Siegertub. So rede ich denn auf die Leute ein, wie auf ein krankes Pferd. Und meist klappt das dann. Oh, schüttt! Die Frauen, die heizen natürlich ihre Männer an, denn frau ich erst mal, ist das deine, ne? Ich sage, wenn er nun vorbei ist, was denn? Ja, dann trenne ich mich. Ich sage, nicht, dass du den hier lässt. Ich habe hinten den Anhänger voll von so einem Typen. Und wieder ein Aufgewinn! Ja, was denkst du denn? Du hängst drauf, der Blume! Ich habe mich so, hä? Kriege ich nur eine Blume? Ich sage ja, wie kriege ich nur eine Blume? Wird sie bei mir in ein Grundbuch eingetragen werden oder was? Ich muss sagen, so der Lüge, das ist ja nichts Großartiges, Gravierendes. Das ist mit eines der beknacktesten Spiele überhaupt, aber das ist Kult, das ist der Klassische und das gehört einfach auf jeden Jahrmarkt und vor allen Dingen hier auf dem Hamburger Tor. Und das ist ja nichts mosquito, denn sie magazines zusammen ist Attack! Und man hat sich da auch Nonnen? Ich habe mich immer Orochen können. Ich bin dankbar, dass es so toll ist! Und ich hab mich nicht so Möglichkeitencía. Mein multiplied四ules wie ich bereitstehene geworden ist. Untertitelung des ZDF, 2020